Jo Leute und herzlich willkommen zur ersten Folge von Spiel ohne Regeln! Das Prinzip ist ganz einfach, wir schreiben jeweils eine Aufgabe, legen sie dann in die Cap und derjenige, der die Aufgabe zieht, muss sie dann erfüllen. Was da draufzieht, wird durchgezogen. Wenn nicht, wer ist raus. Wer ist raus? Bist du ein Mann? Ich bin ein Mann. Bist du ein Mann? Ja, Mann. Du bist ein Mann. Wenn du jetzt meinen eigenen ziehst, bitte. Musik auf der Straße! So meine lieben Leute, wir sind auf dem Weg in die Stadt. Unser Straßenmusiker performt gleich, ne? Welche Hits hast du ausgepackt? Erzähl mal. Wie fickt euch? Ich würde sagen, auf jeden Fall Miami Yassin. Was auch immer geht, Hals im Fett. Sämein der frechste Gitarre. Hast du Bock, Hatter? Ich hab richtig Bock. Hast du Bock? Really, Nigga? Javi, Yassin und Pich! Bleib trinken, losgelaufen, losgelaufen, losgelaufen! Rass dich rein! Cucain hintermarsch! Cucain! 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 Putsch du Hals auf! Putsch du Hals auf! Er lässt die Aachen aus dem Zug! Du hast die Acht rausgezogen. So! Wow! 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 Put your hands up! Mach deine Musik zu Schätzen rein! Wir sind Tuländer, say sorry! Pass auf! Wir sing more than just your party! Yo Leute, ich hab meine Aufgabe erledigt. Lasst einen Daumen nach oben da, falls ihr der Meinung seid, dass es gut war. Jetzt ist Album mit seiner Aufgabe dran. Fisch ins Gesicht. Jetzt wird ein Fisch gekauft, ne? Und dann gibt's so ne... Wie fühlt sich das an? Fischig. So Leute, wir haben den Fisch auf jeden Fall gekauft jetzt. Er sagt, wir sollen richtig drauf hauen. So! Leute, wir sind zurück. Und ich würd sagen, Album kriegt jetzt einen Fisch in die Fresse. Ja, dann möchtet ihr gerne den Wiesig von Album wundern. Du mein Dicker, der spricht! Ey, mach echt nicht mehr. Nee, 중국 war ein bisschen. Ich hab das echt nicht mehr... Nee! Fisch! concluded du sollst alles wie in seiner Klingel gewinnen? Daher ist krank! Auf jeden Fall haben wir beide unsere Bestrafung jetzt schon durchgezogen. 20 Kaltwachsschränken? Da denkt man, alle 20 dran, auf den Wäscher. Bikini waxen? No waxing is sexy, ha ha, zeig doch wie's geht. Yo, wir sind jetzt auch wieder zurück und einer fehlt ja noch. Ich glaub, der mit dem beharrten Bein. Boom, Digga, was ein Bär. Ich schwör Gott mal. Junge, was für Beine waren? Falls ein was falsch ist, Digga. Willst du behindern, Junge? Der hat noch Beine drauf. Junge, Mann, wie ein Wichser. Das sind ja vier Stunden, die haben gesagt. Ah, du bist Grobe, Gott. Was ist das denn? Du bist hier, Mann. Ist der auf die Form gerettet? Ah, den kann ich mal ziehen. Du brauchst nicht. Bereit? Ja. Bist du bereit? Ich hab mal eine Frage vorher. Welche? Ah. 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 Buh, 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 buh. Ja, ja, warte mal. Buh, 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 in meinen Nacken ist gespuckt hier. Alles toll. Buh, 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 buh. Das war auf jeden Fall das Video für heute, die ersten Folgen Spiele und Erregungen, falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, bei 400 Likes kommt ein neues Video von uns, von der alle schön fleißig liken und ja, alles klar, haut rein!